Und das sehen Sie am Mittwoch im Marktplatz Neumarkt. Leuchtender Protest. Gegner des B299-Ausbaus ließen die Brücke glühen. Außerdem ein Näschen für Häschen. Gewinnen Sie einen 50-Euro-Einkaufsgutschein bei unserem musikalischen Ostergewinnspiel. Und Top Secret. Jörg Heiler zeigt uns, was man mit Bonbons noch alles machen kann. Das und mehr am Mittwoch. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.